Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silvan Koster. Heute ist es soweit, wir sind nicht zu Hause und es geht trotzdem ums Auto. Wir sind auf dem Weg, wichtig Zürich, zum Leben dort. Er hat geschrieben, ob wir bei ihm vorbeischauen wollen. Und ich würde sagen, das machen wir nicht zum Gescheitsten. Ich fahre jetzt noch bis auf Zürich und dann sehen wir uns nachher, wenn wir ihn getroffen haben. Also bis später. So, wir sind jetzt mittlerweile im Studio angekommen. Bei ihm blieben die Auto. Einerseits sehr professionell. Hast du gemeint, die erste grössere Investition, die du tätig hast? Richtig, ja. Hoi zusammen. Genau. Ja, ich habe eigentlich vor kurzem mit YouTube angefangen. Ich wollte aber nicht zu viel finanziell auslecken. Aber jetzt für das Studio, den Podcast, zum einen hatte ich mich mega Freude an dem. Und zum anderen hatte ich absolut nichts in dieser Nacht. Darum, ja. Sehr professionell. Und neben mir haben wir noch mal jemanden, der schon länger als ich bin, dabei bin. Ein bisschen liegt nicht allzu viel. Sorry zusammen. Ich bin Manuel, als Map bekannt. Und ich bin relativ regelmässig in den letzten paar Monaten mit dem Auto immer in diesen Podcasts dabei gewesen. Und bin sonst eigentlich auch ein bisschen in den Petrol-Head. Und komme auch aus der Region ursprünglich. Also ich fühle mich wie auch zu Hause. Und wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, die an Autos rumschrauben, als ich habe in Ibiza, können wir auf jeden Fall bei Manuel vorbei schauen. Du bist ja momentan ein bisschen an die Projekte dran. Genau. Ich bin ein bisschen Wankel-Fan. Ich schraube im Moment einen kompletten Mazda-Pickup, Wankel-Pickup aus den 70er Jahren auseinander. Und hoffentlich auch wieder zusammen. Aber auch sonst habe ich drei Wankel-Fahrzeuge zu Hause. Also es gibt immer etwas zu machen. Ja. Also ich verlinke euch beide in der Beschreibung. Und auch den Motosport-Talk, der vor zwei Wochen online gekommen ist. Aber auch dein Tag, den wir jetzt aufgenommen haben, ist alles unter verlinkt. And now we switch to English. Yes. Let's do that. Das ist so eine Anstrengung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mal. Ja. We can see you later. Bye guys. Bye everyone. Bye. 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 So, da wären wir wieder im guten Auto. Fertig mit Filmen und Drehen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ihr habt euch in den Hinterkulissen gesehen, was wir heute alles gemacht haben. Und jetzt geht es auf den Heimweg, richtig zu mir. Und ja, wir haben gesagt, wir machen sicher wieder mal etwas, weil es sicher ein cooles Team da, das wir jetzt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es euch mit einem Daumen hoch. Ich weiss, wir haben heute nicht allzu viel gefilmt, weil wir viele Podcasts aufgenommen haben. Insgesamt vier Stunden haben wir aufgenommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einem neuen Video. Dann wieder weigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.